hallo leute hier ist euer soulless95 ähm wartet im zehnten part von call to the infinite war von wie machen wir da weiter ich glaube panien machen wir mal weiter damit wir weiter vorankommen ich weiß auch gar nicht wie weit ich jetzt bin weil ich hab keine ahnung wie weit ich jetzt in der story bin ich weiß es nicht weil ich wird nie angezeigt wieviel prozent ich es geschafft habe so keine ahnung mal schauen und so ein bisschen heiß aber naja bin gespannt ja leute ich hab endlich die 100 abonnenten erreicht da bin ich so stolz drauf so stolz ja ich bin froh darüber dass ich endlich mal die 100 abonnenten geschafft habe verstanden sie haben die brücke jetzt geht wieder los jetzt gehen wir los und schweiß dich wohin ok doch wieder hier hin das wird entweder ein strategisches meisterwerk oder du bist degradiert und ich gebe die befehle ich sag ja wir sehen die erde wieder das hatte ich mir anders vorgestellt jetzt kann ich ja ganz gut jetzt sind jetzt auf dem weg zur oberfläche unserer mutter erde jetzt geht es um alles griff jetzt geht es um alles griff hier hin in den ganzen trümmern gibt es eine menge verstecke arthans und suchen sollten helfen die bösen jungen zu finden ok die werden irgendwie empfohlen nehmen wir stehlen dann nehmen wir mal den aussatz damit wir besser halten können und wir nehmen noch den so ja, haben wir es Machen wir so, dann gibt's mal einiges blöd Lassen Sie ihn am Leben? Genfer Konvention, Artikel 3 Schade, Platz machen Lieutenant, Kapitän Nach der Sache mit der Tigris Ich wünschte, ich könnte mitkommen Ich kenne das Gefühl, Boss Marines verladen alles in die Eins Ravens Heist für Sie Wir können Sieger setzen, Sir Ah, hi Evan Also und wir müssen jetzt nach hier hin Nehmen Sie Platz, gentlemen Sir, Sie verladen den Gefangenen Major August möchte Sie sprechen Rufzeichen Echo 6 Auf das HUD legen Mal sehen, was da unten so los ist Verstanden Hast du ein Auge drauf, Salt? Wie ein Adler Oh, klar Major Der Typ ist ein harte Nuss Wir müssen den schnellsten zedieren Echo ist nah dran an unser Gebäude Die Stadt ist leer Der Konvoi kommt schnell voran Wir treffen Sie und den Admiral im Sanitätssaal Ihre Ankunftszeit Drei Minuten Ich schaff's in zwei Roger Ende Gute Abtrennung Atmosphäre in einer Minute Wow, es geht richtig schnell Raiden geht runter Scar 1, 2 erbittet wieder Eintritt Verstanden Winkel stimmt Erlaubnis erteilt Willkommen zurück An alle Kontakt zu Echo Einheit Unter schweren Feindbeschuss Das ist unser Convite Race Da müssen wir hin Roger Konvoi in Sicht Zeitlich heranfliegen Woah Klopfen Oh 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 Konvoi erledigt! Wiederhole! Echo erledigt! Route unzugänglich! Verstanden 1-1! Zielobjekt nicht gefährden! Wir dürfen den Transponder nicht verlieren! Verstanden! SCAR 1 verfolgt! Bring uns darunter SORT! Verstanden! Ethan, du übernimmst! Ich kann nicht mehr heran! SORT! Denk umgeben! Warten auf Bericht! Gebe Decke und warte! Finde den Truck, Ethan! Nein, ich habe nur Sniper, aber ich war keine Sniper! 1-1 an Echo! Bitte kommen! Echo, hier 1-1! Bitte kommen! Wow! Ich kann sie so gar nicht zielen, Leute! Schmack rein! 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 Da! Da! Ist einer! Ruhig, Bro! Major! Sanitäter kommt! Wo ist der Gefangene? Sie haben ihn! Hinten raus! Ich sichere diese Position! Fever! Brauche hier gestörter Kommunikation zum Sichern des Ziels! Das ist nicht Winner Raider! Okay! SORT! Wenn er an einem Terminal den Transponder schrottet, war's das! Bestätigt! Ich hole die Marines! Punkte! Punkte! Termin im Visier! Guck mal! Der hat jetzt eine gute Waffe dabei! Einer ist hinter mir! Feier! Wo? oh ah, haben wir oder auch nichts oh, schade dame komm her Oh Scheiße, er hat mich! Oh Scheiße, er hat mich! Oh, hat denn ich da vorne genommen? Keine Ahnung, Leute. Wow. Komm, 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 komm. Geh down. Dankeschön. Bam, hab ihn. Oh, das sieht cool aus. Die war fast gut. Gehen wir mal hier hin. Da unten. Ah, eine Schultflinte, okay. Ich kann mit ihnen hoffentlich zu ziehen, Leute. Oh Mann. Wollen wir doch lieber die andere? Dass ich irgendwie abgeworfen hab. Wow. So. Komm schon, ey Mann, warum treffe ich hier nicht, Leute? Gibt's da nicht. So, jetzt geht's nochmal ran. So, jetzt geht's nochmal ran. Bewegung, weiter zum Annex! Annex, was zur Hölle ist der Annex? Keine Ahnung. Ich weiß nicht schon, wo ich hin soll. Woah. Oh, I'm happy. I'm in. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist kein Teil. Wie geht's? Ich weiß nicht, wie wirst du da? Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, aber das ist nicht so. Komm her! Komm her! Wow! Ok, ein paar Munitionen bekommen. Auch später Kanate. Glück gehabt. Wo ist denn der? Ich sehe gar keinen. Ah, da! Da! Ok. So. Darum hab ihn. Oh. Drin ist auch einer. Komm schon! Bam! Den haben wir! Nächster! Bam! Jetzt haben wir ihn aber. Ja! So, ein bisschen. So! Wow, 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 wow! Jetzt wird schon wieder geschossen. Leider gar nichts zu nehmen. So, hab ihn. Komm schon. Kann er mal ausgewischen. Komm schon. Bam! Genau. So. So. Nächster. Oh, der unten. Äh, der vorne am Tisch. So. Shit. Shit. Aufpassen. Wo ist denn Ethan überhaupt? Hier vorne alles klar. Und Ethan ist einfach nicht dabei. Das gibt's ja nicht. Ethan, wo bist du? Hilfe. Help me. Komm rüber. Nein, spielt der Granate. So. So. Er ist bestimmt da. Eine Munition mehr! So. Dann haben wir vier Munition. Da. Dann haben wir vier und hauert. Bam, habe ihn. Okay, weiter geht's. Da. schon war es jetzt? Können wir jetzt weiterlaufen oder? Da ist noch zwei wieviel kommen denn noch leute? Ist da kaum noch Munition ok ok ich würde sagen ich gehe erstmal hierüber ich schätze ich muss schon halt englisch hier irgendwie an nein ich glaube das wäre jetzt keine gute D D D D schlaps geht doch vorhin wie hier wo? wo sind sie? wo sind sie? hm 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 So, jetzt noch. Nein, nein. Was ist passiert? Oh, Mann, das war knapp. Boah, das war wirklich knapp, Leute. Drei Punkte erreicht. Hab ihn. Okay. Hab ihn. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen aber erstmal hoch. So. Wow, okay. Eine neue Schafschütze. Okay. Eigentlich ist das schon ein Schafschütze-Typ. Aber... ...komm. Hä, wo? So. Ah, don't. Nein, ich spiele keine Art. Nein. So, hab ich ihn. Komm schon. Ich glaub ich ihn nicht treffe. Komm schon. Boah, ist echt schwer mit der Schafschütze zu ziehen, weil ich hab keine Nerven dafür. Okay. Ähm. Guck mal, ich hab keinen Nerven dafür, Leute. Weitere ich keine Auf心 zurück haben. Woh. Guck mal, ich hab nie genug. Guck mal, ich hab nie genug. Wo? Guck mal, ich hab nie genug. Ich hab nie genug. da man muss immer noch wo ich nenne ok der ist schonmal weg ich auch schon mal weg wo komm schon nochmal nein 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 keiner hat er geworfen ich hab's gehört tja das war eigentlich nicht so gedacht eigentlich ich ok da ist auch gesucht oh du noch nicht wenn kein Treibgrund erreicht wo 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 da da mal mal Komm, schau. Ja, hab ihn. Okay, gut, noch ein bisschen gesaved hier. Jetzt ist heute gar keinen mehr. Ich hab da einen gerade gesprungen gesehen. Ist er hoch oder? Da ist er. Guck mal, dass E-Finish da ist. Wow. Guck ab. Oh, was für Glockentöne gerade kommen. Shit. Okay, das ist ein Pauschengstisch gerade. Ich bin genau hinter dir. Das müsste Annex sein. Da hoch. Jetzt darf niemand durchkommen. Sir. Jawohl, Sir. Ich sehe ihn. Ich bin aber schon durch. Das wäre ein blödes Versteck. Nein. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Hm. Ich war gerade zu gut. Oh oh. Hier ist man nicht. Ah. Der wirft die ganze weg. Ah. War ihm weg. Ich muss gerade die Tür aufmachen. Gerade schön die Tür aufmachen. Ah, da. Okay, später Granaten habe ich. Verdammte. So schnell runter, 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 runter. Geht doch. Boah, das war knapp Leute. Der Kommander muss aufs Nahr! Wow! oh erstmal ein bisschen aufladen hier erst mal nachladen und jetzt wie schwierig das denn hier noch wieder kanate so jetzt kommen wir hoch oh 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 ein weiterer Mann von der Erde der umsonst stirbt ist ungeschützt oh das ist wahrer Mut nein nicht das signal ist weg meine flotte landet hier ja 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 ja